Ich spielte übrigens Dark Harvest Shyvana und wenn sie das aktuelle Meme-Bild macht, spielt sie AP Shyvana und böllert übelste Sorte mit ihren Feuerbällen. Nehmen wir Knock-Up Sicherheitshalber. Oh, sie hat zum Glück nicht getroffen. Gib mir das Gold, gib mir den Slap. Oh, hätte ich da mal eignetet, wäre sie tot gewesen, oder doch ein Hase, wieso denn ein Hase, der sieht doch so aus. Achja. Fakt das, wenn die Leute meinen Damage unterschätzen. Ich finde es schwierig, wenn Ezreal gegen Soraka verliert, im 1v1. Okay, das ist hart. Soraka ist immer noch ein Mist. Oh, what? Okay. The freaking hell? Okay, da. What? Hm. Shot em. I think I was in here. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Schade, Ezreal, du machst halt dummen Quatsch. Oder habt ihr Angst, dass da irgendjemand das sieht? Wir haben die Ward gerade gecleared erst. Nein, du kriegst den Tower nicht. Geh doch. Hallo, Wayne. Moment, wieso fightet ihr denn immer noch? Was ist denn das? Lauf, Riven. Riven fighten die ja immer noch. Aber aktuell. Lass uns doch mal tauschen, dass ihr Toplane geht, eventuell. Ach so, kommt mir aus gerne. Aber willst du jetzt gegen die Vayne allein in die Bot Tower knüppeln? Kriegen wir ihn. Wir haben erst mal Soraka getötet. Ist auch fein für mich. Oder die machen halt den Dragon und wir warten, dass sie hier kommen. Und die kommen nicht. Ich bin ein Assist. Ich hab den Dragon mit dem Liantris-Proc gekriegt. What the freaking hell. Getroffen. Oh, du gehst da rein. Entschuldigung. Oh, das ist dumm. Oh, shit. Der ist der da reinflash, weil du den huckst. Ja. Das bauen wir jetzt erstmal aus, dann haben wir Morales Oh, macht die Malsaha da oben gegen eine Riven Und das macht die Riven da oben, dass sie weiter voll reingeht Malsaha drückt einfach R und dann ist sie tot, oder nicht? Drückt jetzt R auf Malsaha Malsaha hat kein R Jetzt hat er R Ah, Ignite OP Ich bin mir trotzdem irgendwie schuldig Oh, der hat Bock Der menschliche Schmerzpunkt ist uneinheitlich Wollt ihr wirklich volles Mett rein? Na komm ich nicht mehr ran Schade Schokolade Dann Cooldowns Na dann komm doch her, mein Gott, dann wirst du halt gefressen Habt noch passive? Ich nicht Jetzt nicht mehr Range, die über die Hitbox hinweg geht Äh, über die Anzeige hinweg geht Riven macht der Kopf weh Oh Nope Mit der Gegend Oh, die Wayne müsste tot sterben, ja Die müsste dringend sterben Ah, ich bring mein A nicht mehr raus Soll ich keinen machen nach mir? Ach shit Ja der Knockabama Juicy Von der R- Gegen die Riven Ich würde eigentlich ja Memorellos fertig bauen Warum macht die dir den Kopf weh? Ja, weiß ich nicht Das wurde geschrieben Ich hab's bloß vorgelesen Sorry Das ist nicht verständlich Wahrscheinlich weil sie Quatsch spielt Keine Ahnung Weil sie duelliert Ich hätte vielleicht jetzt erst den Wort geklärt Und dann Tippige und so Mal sehen, was denn wird Fokus einfach die Shibana So Habt ihr jetzt davon Wenn ihr in der AP Shibana ist Da wollte ich rausstechen Die Wayne kommt nämlich nicht dazu Sinnvoll zu fighten LOL What? D-d-d-d-d-d Don't Don't Ich renne die Gegner Und du musst 10x allein dann gewinnen Ja, ich glaube das gewinn ich nicht, Sarah 10x allein Oh, die haben aufgegeben Puh, damit bin ich sie bei 1 Ich hab meinen ersten Win in der Probe Obwohl wir nur 50-50 gewonnen haben Ja, hab ich sie bei 1 jetzt Ja Ja.